halli hallo meine freunde willkommen zurück hier im unge- äh ungewetter sag ich schon im unwetter von the last of us teil 2 letzte folge sind schön mit dem boot umgefahren haben ein paar scars ausgeschaltet oder wulfs keine ahnung weiß nicht was es war ab und waren die gepfiffen ja jetzt sind wir hier in diesem haus gefangen mit ein bisschen gruseliger hintergrundmusik wenn so eine musik kommt wissen wir ja bescheid ok können wir uns was anfertigen nicht wirklich können wir hier was machen nicht wirklich ich habe echt die dumme ahnung dass hier irgendwas passiert boah leute wie gesagt sonst wäre die musik nicht da oh das war eine ehemalige spielhalle hier schön mit billard tisch kicker und einer oberen etage und leichen verflucht ach du scheiße mhm ach trophäe erhalten im einsatz hier ist nichts ok wir können nichts verbessern oh man ich sollte vielleicht wieder auf die schrotflinte wechseln das sieht nicht gut aus leute hier können wir den wagen bewegen aber warum können wir den wagen bewegen das ist die frage da drin sind gesundheits snacks das boot ja toll zu schön da oben durch darum können wir den wagen bewegen ok so na komm elli gib alles da super super mega cool so alles da so 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 und schnell vorbei ha er war daneben wo ist er da ist er wo ist er? nein nein das gibt's nicht ok hat sie die falsche waffe drin ja man ja man ja man alter verweilt zurück zu dem verdammten Wesenrat so diese kleine ratte ey echt wir haben noch 5 Schuss so eine Stange gehabt ok hier ist eine Schrotmuni medipack hätte man es nicht herstellen müssen da lag einer wir können mal aufmachen 2 mal Pistolen Munition wird auch mitgenommen einmal Schrotmuni wird auch mitgenommen das ist der Wagen ja der wird immer noch angezeigt dass man den nehmen kann gut alles klar hätten wir also auch den bloater erledigt gut gut es ist mir zu dunkel hier sammelkarte kassack breit ok noch irgendwas definitiv lauschen wir sind ja gesundheitstechnisch voll ne ach ärgert mich dass wir uns jetzt die medipack hergestellt haben ok geht es hier ganz normal wieder nach oben da wir durchgekracht sind ja ne tatsächlich oder auch nicht nehm mal mit halt hier ist ja noch viel mehr nochmal zwölf pin eine dartscheibe ne wir sind jetzt schon auf der anderen seite wo wir hin wollten ach wie cool dieses flugzeug ja da unten ist der da unten war ein bier und hier wär mal durchgekommen eigentlich so endlich so hätten wir das auch ach wie cool ich mag das Haus also ich mag das Haus hier richtig richtig cool gemacht wo ist unser boot da hinten ist das erst und hier unten war ja jetzt der fight gegen den bloater also hätte man von hier oben wunderschön zuschauen können halt noch einmal schrott für ein haus gebrauch gut gut dann gehen wir mal zurück zum boot ähm wartet muss ich äh eroieren wo hier ich komm jetzt da nicht hoch eigentlich müsste ich doch jetzt da hoch kommen na gut scheinbar dann doch einfach runterspringen ja halleluja ja hier war ja zu na gut 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 ab geht die wilde frau hier ist das laut mit den gewitter also ernsthaft sorry wenn ihr mich manchmal nicht versteht ich versuche noch ein bisschen lauter zu reden achso wir müssen das ja erst mal öffnen hier so gut abflucht abflucht so gut wie da wow 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 alter schwede wieder der motor halt oh gott und so ja was nicht aber die der hat der 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 Oh Gott, nein. Oh shit, man verliert sofort die Orientierung. Bisschen schneller schwimmen vielleicht. Ah, jetzt hab ich gedacht, wenn ich jetzt eher tauche, dann... ...klappt's vielleicht besser. Tatsächlich, das ist der Trick. Tauchen, wenn die Welle kommt. Okay, Ellie, komm erstmal wieder klar auf dein Leben. Da kommt man nicht rein. Schade, wäre ein guter Ort gewesen für eine Sammelkarte. Krass. Das ist also der Yachthaar. Und hier sind Jesse und wahrscheinlich Tommy. Wo sind wir vor allem? Das frage ich mich jetzt als erstes, ne? Wo steckst du? Wo stecken die anderen, sondern wo stecken wir? Verschlossen. Kein Weg darüber. Oder hoch und dann da rein, ne? Okay, Ellie friert. So. So. Gut, ich hab die Gefahren, dass wir das alles nochmal machen müssen. Ähm, aber ich möchte gern... Ich wollte in diese verschlossene Tür rein. Jetzt vollkommen die Orientierung verloren. Nein. Gut. Boah, krass. Das Aquarium. Werden wir hier sterben? Was für Monster erwarten uns hier? Es sind definitiv keine Monster aus der Tiefsee. Und es ist eindeutig zu ruhig. Die ganze Zeit läuft nur diese spannende Musik. Gibt's nie zu sehen. Achilles Tang. Flame Press. Washi Doddy Bag. Harlequin Tusk. Jellyfish, das wissen wir ja, Quallen, ne? Seestern, Seeigel, Flut... Ne, Brochen. Ne, Stingray. Stingray heißt... Plutnus Stingray. Also Blaupunktrochen heißt der, grob übersetzt, ne? Stachelrochen. Und Hör mit Crab. Mr. Krabs. Hier hätten wir den Damselfisch. Den Seebarsch, die Seeanemone. Und, ja, die Schildkröle, ne? Die Seeschildkröle, Meeresschildkröle. Den Bannerfisch. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit jetzt hier rumlaufen, ne? Und uns hier die Fische angucken. Auch wenn es sehr lustig ist. Sehr schön. Auch wie detailliert das halt ist, ne? Wie detailliert das dargestellt ist. Komisch ist halt nur, dass es keine Fische mehr gibt. In den Aquäulen. Ich meine, es regnet ja nur, ne? Da kann man durch. Ich denke, das ist auch der Weg, den ich jetzt gehen soll. Lauschen? Wir werden ja nicht lange allein bleiben. Wow. Okay, kann ich noch irgendwas anfertigen hier? Nicht wirklich. Lauschmodus? Alter, Schwede. Ich bin so, so unter Strom gerade. Kann mir das alles gar nicht in Ruhe anschauen. Das ist eine riesige Scheibe. Okay. Fakt ist, es wird etwas passieren. Die Frage ist, wann. Und die Frage ist, wie schlimm wird es werden. Hier hinten wäre wieder ein perfekter Ort gewesen für eine Sammelkarte. Gut, wir müssen da rüber. Noch ist ja nichts, ne? Noch können wir ja, wir haben ja, wir haben ja gelauscht hier. Ähm. Wie zur Hölle kommen wir da drüben hoch? Da gibt's keine Scheibe zum Einschlagen. Da gibt's kein Seil zum drüberwerfen. Also wieder runter und dann versuchen, über diese Korallen da hochzukommen. Na, dann machen wir das. Wie gesagt, die Frage ist nicht, ob was passiert. Es wird was passieren. Die Frage ist, wann es passiert. Wann es passiert und wie schlimm es wird. Kommen wir hier hoch? Warum kann Ellie hier nicht einfach hoch? Weil's nicht der Weg ist, oder? Shit. Kann mich doch jetzt nicht so verlaufen. Guck mal. Ich hier irgendwas drücken. Drücken muss ich nichts. Nein. Du hast du übersehen? Guck mal, hier ist doch ein Seil, ne? Tja. Tja. So, hier auch jetzt rein logisch die Fässer einfach zur Seite schubsen. Irgendwie muss es da drüben hochgehen. Und das erfahren wir in der nächsten Folge. Dreingeblieben, reingehauen. Liebe Grüße, euer Rob. Grüße, ich bin ein Zeil. Tschüss. Ausatmen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.